Willkommen zurück zu The Evil Within! Oder viel im Wasser zu gucken. Da hinten ist wieder so eine Tür, wo wir durch können. Die dann halt hoch geht und sowas. Und dann müssen wir halt wieder vor dem Monster dann da hinkommen. Können wir da hinten über die Treppe, über die Feuerleiter und dann sind wir da. Okay. Gut, also der Schlachtplan ist da. Muss ich ihn nur noch irgendwie umsetzen. Hier kann ich nicht rüber. Nein, hier kann ich nicht rüber. Hier kann ich auch nicht rüber. Das heißt, ich muss jetzt unten entlang, ja? Dann schauen wir mal. Schwimmen, 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 schwimmen. Immer schön weiter schwimmen. Wow, 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 es kommt direkt an mich zu. Es ist da! Und es hat mich. Drecksack. Na gut, aber irgendwie müssen wir es ja schaffen. Irgendwie werden wir es auch schaffen. Hoffe ich, glaube ich. Meine ich. Frag mich nicht. Na, also es ist... Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt den Fähig da am besten ausweche. Da ist es direkt hinter mir und... Ja, okay. So nicht. Da fand ich das sicherer, wenn ich da oben auf der Treppe stehe. Wäre ich der Typ, ich würde einfach runterspringen. In der Hoffnung, dass die Palette mich hält, aber... Naja. Ist halt so das, was ich mir denken würde. Könnte natürlich auch... die Wasser in... äh, die Leiche ins Wasser fallen lassen. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie was bringt. Jaja, du mich auch. Hm. Ich weiß ja nicht so ganz, ne? Das sind alles Orte, wo ich nichts erreiche. Könnte natürlich hier... einmal hier auf das Autofrack. Komm, geh da hoch, geh da hoch. Danke. So, und dann versuchen, den da abzuschießen. Ist das jetzt die Magnum oder ist das die Pistole? Jetzt ist es auf jeden Fall die Pistole. In der Hoffnung, dass das dann irgendwie... klappt. Das sieht gut aus. Es schwimmt dahin. So, was ich kann hier... Oh. hier rauf. Komm, geh da hoch, geh da hoch. Verdammt nochmal, geh da hoch. Geh auf das scheiß Autofrack! Ist doch nicht wahr. Hey, so ein scheiß... So, jetzt. Aua. So, warte. Ich hab da ne Magnum für dich. Weil der mir nicht um Keks geht. So, dann... muss ich bei Zeiten ne Leiche hier nach unten packen und dann dahin schwimmen. Ob das jetzt die gute Leiche ist, weiß ich nicht. Aber wir schwimmen da jetzt trotzdem mal hin. und... durch da, durch da, durch da, durch da, durch da, durch da... und wir sind durch. Oh, Gott sei Dank. Ey, ich hasse dieses Wasserviech, ne? Hallo. Ist jetzt jemand drin? Ja, da sind wir hier drin. Okay. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich hier erstmal einsammeln, ne? So, hier lag doch noch was. Eben lag hier doch noch was. Jetzt ist weg. Wow. Machen wir nicht so einen Krach hier. Kollegen. Oh shit. Gut. Das war vielleicht nicht die intelligente Variante. Ah, was soll's? Och ja, ne Bierflasche haben wir da. Die hilft mir jetzt auch nicht unbedingt. So, warte. Die ist wieder leer. Dann nehmen wir einen Schuss hiervon. Verballern ihn auch nicht. Und dann hier. Den möchte ich hier auf den Kopf zählen. Und das war's auch schon. Dann haben wir noch Granaten. Nutzen wir mal. Sieht gut aus. Hier ein bisschen Schrotflinten-Munition. Weiter, 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 weiter. Aua, aua. Ja, 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 ja. Ja, ist gut. Hat's verstanden. Das sind auch komische Zombies. Ich weiß ja, die mit ihren Waffen zuhauen, statt dass sie uns essen. So. Bleib unten hier. Und gib mir die Munition. Ich hab nicht mehr gebraucht als so ein Dreckszombie hier. So, Kidman ist jetzt hier in Sicherheit, glaube ich. Hi. Na, auch hier? Wenn du nicht gekommen wärst. Ich bin gar nicht gekommen. Ich bin nur vorbeigeschneid. Ähm. Ja, aber jetzt nicht so viele. Was? Was? Ah, da ist auch ne Bombe. Ja, klasse. Genau. Gib einfach mal ein bisschen was von deiner Munition aus. Muss ich das nicht machen hier. Lade nach. Danke. So, hier hinten auf jeden Fall alles Einzige, was hier so rumliegt. Ah. So ein, so ein, so ein Polizei-Fuzzi-Zombie schon wieder. Kann ich ja auch gerne haben, du. Okay. Geht soweit ganz gut aus. Sollen wir hier den Fahrstuhl mal dazu oder sollen wir... Wir sollen runter, ne? Natürlich. Na dann mal los. Es ist hier verdammt ruhig. Keine Musik. Kidman redet nicht. Hauptsache, es gibt Gehirnwasser. Ja, und wo er jetzt ist, wissen wir auch nicht. Aber wir finden das bestimmt auch noch heraus. Aber sie hat jetzt keine Lebensanzeige anders als wie der Joseph. Aber wenn die Schadenkriege ist, ist gar nicht schlimm. Gut. Ähm. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Die Post-Apokalypse steht dir verdammt gut. So. Ähm. Dum 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 dum. Natürlich geht nichts über die sexy Krankenschwester, ne? Aber... Ne? Weiß Bescheid. Hier haben wir einen tiefen Abgrund. Da sollen wir bestimmt runter. Oder halt auch nicht. Da hinten ist eine Tür. Gehen wir mal durch die Tür. Die wir diesmal nicht auftreten können. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Vielleicht befällt das nicht jeden. Vielleicht ist auch einfach nicht jeder von irgendwas infiziert. Vielleicht hat der Typ sich einfach nur spezielle Leute ausgesucht. Und vielleicht, wenn er sich verwandelt, ist es alles nur ein Traum und bla und blub. Ich hab keine Ahnung. Ist halt alles in seinen großen, großen Fantasie. Sehr russige Fantasie übrigens, ne? Aber okay. Hallo? Jetzt bluten wir aus dem Mund. Was ist das? Wichtig. Ich? Sebastian? Was ist... Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte. Wovon redest du? Jetzt rede doch mal. Oder nicht? Mal gucken wir uns halt erstmal hier um, was... Ob hier noch irgendwo was liebt. Okay. Verfolgen wir sie mal. Achso. Leslie? Leslie, bist du es? Leslie. Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Und weg ist er. Leslie? Und Kidman natürlich auch. Und hier liegt nichts rum. Verdammt. Wieso nicht? Wieso liegt hier nie was rum? Aaaaaaah! Diese Spielchen fangen an mich zu langweilen. Ist das wieder Giftgas? Hustegas. Okay. Vorsicht, Entflammer. Na kacke. Okay. Ist das wahrscheinlich normales Gas, das hier herumdoktert, ja? Einfach mal vor Wut die ganze Puppen hier zerhauen. Ist das hier eine Puppenfabrik oder wat? Komme ich jetzt von hier? Ne, ich kam von da. Ist das jetzt, wenn ich jetzt hier schieße, dann ist Ende Gelände oder was? Was sind das für Geräusche? Nö, das klingt nicht gut. Deswegen nehme ich einfach mal die Leiter. Bevor ich noch irgendwas sehe, was ich gar nicht sehen will. Hier oben ist weiteres Gas. Ich renne. Will ich da runter? Da ist ein Schalter. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Wie ein Schlüssel? Ich will auch noch einen Schlüssel haben hier. Ähm, warte mal. Ich will jetzt austesten, ob wenn wir jetzt hier rumschießen, ob sich hier gleich alles entzündet. Ja, okay. Ja, musste ich ja mal erfahren, ne? Also ich hab's mir natürlich schon gedacht, aber trotzdem. Also Gas in Massen. Gut. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal eine Schlüsselkarte besuchen. Äh, besuchen. Wir müssen sie suchen. Wollen wir mal gucken. Wir können uns auch nochmal heilen. Können wir hier was mitnehmen? Warte mal hier mal in den Spind reingucken. Nicht, dass da irgendwas liegt. Nee. Vielleicht ist die Karte auch in einer der Figuren hier drin. Einfach mal kaputt hauen. Irgendwo droppt bestimmt was. Oder auch nicht. Ich lass mal ganze Aggression hier raus. So ein Scheiß hier. Wo ist der verdammte Schlüssel? Oh, Frame-Einbrüche hier gerade gab. Warum auch immer. Eine Bierflasche. Eine Bierflasche. Oder Flasche. Ist aber nix. Hier. Ach, du Scheiße. So ein Digger. Damit hab ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. ein bisschen regelt. Whoa. Aus Angstv я herein. Aber ist okay. Ich hab gar nicht vor. Aber ist okay.